So, hallo liebe Wohnmobilfreunde, heute haben wir uns was ganz besonderes aufgehoben. Es ist die Einfahrt nach Porto Cerro, Marina, wo die reichen, die ganz schön reichen sind. Wir machen es natürlich nur einmal zur Ansicht und dann müssen wir auch sehen, dass wir hier wieder rauskommen, weil wir das leider uns hier nicht so leisten können. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas, das ist der letzte Weg. Wir haben natürlich Nachsaison, das heißt, da werden jetzt nicht unbedingt die größten Boote drin liegen, aber meistens ist es trotzdem immer noch mal einen Anblick wert. Und ich würde jetzt mal sagen, in einen der reichsten Orte Sardiniens einfach mal hineinzufahren und sich hier den Hafen mal anzuschauen. Wo Flavio letztendlich ihre Partys feiern und ihre Boote liegen haben. Das ist immerhin schon mal schön, dass man hier noch durchfahren darf. Aber so spektakulär und so leer, habe ich den Hafen auch noch nie gesehen. Aber wir haben ja schließlich erst den 15. Januar. Das ist der nächste Arrivida-Chi.